Es ist nun doch noch ziemlich heiß geworden hier an der Ostsee. Wie viel Grad haben wir es denn? 80. Dann hören wir mal langsam auf mit deinen Aufgüssen. Bevor ich hier vollkommen aus dem Latschen kippe, noch eine Frage an euch. Was sind denn eure nächsten Ziele? Zurzeit steckt ihr mittendrin in eurer Sommertour. Man sieht es euch an. Was sind eure nächsten Vorhaben? Also wir haben uns, nachdem wir diese Band gefestigt haben, haben wir uns ins Studio verzogen und haben dort zwei Titel gemacht. Einer davon ist von Hannes, Albtraum. Und der zweite, wie schon gesagt, Kino im Kopf, der ja dann im September in der Wertungssendung schlafen wird. Und wir hoffen natürlich, mit Hilfe vieler Fans, sich gut platzieren wird. Werden wir sehen. Ja, und wenn wir die Tour im August beendet haben, gehen wir im September gleich nochmal ins Studio. Dort werden wir noch zwei Lieder produzieren. Und somit ist dann unser LP-Vorschlag für die vierte Wertung LP fertig. Den werden wir zu Amiga gehen und hoffen, dass eine große oder eine kleine schwarze Scheibe daraus wird. Das hoffen wir natürlich auch ganz doll für euch. Und wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für diesen schönen, feucht-warmen Tag und hören jetzt erstmal noch außer der Wertung die Gruppe Berlug mit dem Titel Kino im Kopf. Kino! 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 Ich mach' mein Kino an im Kopf Die schärfsten Schlitten war ich da Und alle Freunde sagen ja Kino, Kino Ich hab' mein Kino schon im Kopf Kino, Kino Samnigesser ist mein Befahr Kino